Jo, Leute, los, 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 äh, was? Geht schon los? Wenn du das sagst. Okay, dann fang ich einfach nochmal an. Und los. Jo, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Ossi und Max-Man. Und Max-Man und Ossi. Und herzlich willkommen zurück. So, wir sind mal wieder hier zurück in Minecraft. Ihr habt ja gesehen, dass wir in den letzten Tagen wieder mehr Videos bringen und das freut uns. Das ist doch gut so. Ich weiß nicht. Max-Man, was machen wir heute in der Folge? Ich hab keine Ahnung. Unwert-positives Mal haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ach so, ja, genau, ich weiß. Ich werde erstmal mein Inventar sortieren. Dann werden wir uns ausrüsten. Dann werden wir den Nether gehen. Und eine Nether-Festung suchen und finden. Alter, das ist das Schwein gruselig. Hm, spooky. Also was hältst du von dieser Idee? Nö. Gut, dann ist das ja gebombt, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Hey, wenn wir das Video hochladen, ich hab FIFA 14 draußen seit der Woche. Ja, geil. Ich feier das. FIFA 14 draußen ist jedenfalls geil. Also, wie gesagt, Leute, wir können ja jetzt mal ganz kurz in den Satz, ich muss jetzt mal mein Kaugummi wegschmeißen. Du isst, wenn, auch noch mal Kaugummi? Nee, jetzt nicht mehr. Damit ich besser reden kann, wisst ihr? Also, wir können jetzt mal... Aber mit der Fall, mit der Aufnahme haben wir ja mit dem Stuhl betten. Was denn? Das wird mit dem Stuhl. Okay, warte, 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 über was wollten wir noch mal reden? Ach ja, genau. Nein, allgemein. Über die Spiele, die jetzt in der nächsten Zeit rauskommen, weil da werden schon einige geile Games auf euch zukommen. Na, was heißt doch, weil ich auch auf uns... Wir spielen die eigentlich mit Let's Plane, die eigentlich nicht hauptsächlich, oder? Nur, weil viele werden wir auch nicht Let's Plane. Ja, ich meine, wie sollen wir auch FIFA Let's Plane? Nein, wir haben keine Elgato. Oder geht ja 5. Oder geht ja 5. Wir haben keine Elgato. Ich glaube, geht ja 5 und ich grundsätzlich nicht Let's Plane. Warum nicht? Was, wie viele das machen? Ja, gut, okay, das kommt noch dazu. Nein, bei mir ist es zum Beispiel so, wie einige vielleicht wissen, liebe ich Ishessen's Creed. Und bei Ishessen's Creed kommt ja jetzt auch in diesem Herbst ein neuer Teil, Ishessen's Creed 4, also Black Flag, raus. Und das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall holen werde. So richtig geil. Feierlich haben wir ja, Ishessen's Creed. Und... Nö, ich glaube ich nicht. Ja, musst du ja auch nicht. Ich komme gleich wieder. Ja, wir werden ja sowieso ein Nether. Kannst dich auch ausrüsten, ne? Finde ich schon fast völlig ausgerüstet. Wir haben ein paar Nether-Wack mit, Leerstein. Ja. Also wie gesagt, es kommen auf jeden Fall viele coole Spiele. Und was mich auch schon mal gereizt hat, vielleicht später irgendwann, was ich gerne mal für ein Spiel jetzt playen würde, GTA 4 The Lost and Damped. Oh, haha. Irgendwie wäre das richtig geil, dass zuletzt... Ich sehe viel Arbeit vor mir. Das heißt, einstellen. Was denn? Weil, wenn du es jetzt playen willst, bedeutet das zwangsläufig bis... äh, beim momentanen Zeitpunkt, dass es bei mir jetzt playen wird. Max, man, ich habe ja nicht mal einen Monat Geburtstag und kriege da einen PC, beziehungsweise kaufe ich mir da einen PC. Und dann darfst du das Spiel spielen? Nö. Yolo. Nein, ich habe auch gesagt, später, irgendwann. Es würde mich reizen, dass mal zuletzt playen. So, ich habe meine Ausrüstung. Ach so, äh, haben wir noch Pfeile hier? Nö. Doch, ich habe noch Pfeile. Oh, meine gefärbten Boots packe ich da mal rein. Das ist cool. Und ich sehe gerade, ich habe keine Spitzhacke. Ich bräuchte da dementsprechend noch eine neue Spitzhacke. Und dann brechen wir auch schon in den Nether auf. Oder? Oder? Also, Leute, wie gesagt, ähm, wenn ihr Spiele genauso cool findet, wie ich, oder, wie wir, wie viele Spiele hast du jetzt? Weniger. Nicht so viele. Nee, sag mal. Nee, wirklich nicht viele. Nein, sag doch mal, du rund zehn. Ja, ja. Aber ich habe, äh, ich war jetzt unten, habe ganzen kaputten Bögen genommen und alles zu einem Heimstamm gesteckt. Ach so, krass. Waren da auch verzauberte Bögen bei? Gut. Nee, ich habe wirklich die Fiederfeiler. Ich sehe das eh in deiner Aufnahme später. Ja, der hat sich... Du kannst mir nicht belögen, du Hund. Aber das ist schon zu spät. Ja, ja. Egal, ich habe 20 Fälle, das reicht. Ich habe nicht am verzauberten Bogen. Mit Stärke 2. So. Was wollte ich nochmal machen? Was? Nee, nur noch eine Spitzhacke. Aber wir können auch Lost in Damm eigentlich bei mir das Plane nach Battlefront. Ich dachte eigentlich nach Battlefront ins Plane wäre ein anderes Spiel. Ja. Was wir noch nicht wissen. Lost in Damm, vielleicht. Wer weiß. Wir schauen mal, okay? Hast du schon einen Plan? Nö, ganz ehrlich, nö. Eigentlich nicht. Ich habe auch nicht. Ich habe Lost in Damm vorgeschlagen. Ja, ich dachte also, was ich auf jeden Fall nochmal irgendwann auf dem Schirm hatte. Ähm, ähm, oh Gott. Creeper, 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 zu viele Creeper. Und wieder? Ähm, dass wir mal Emergency, Emergency 2 oder Emergency 3 Let's Playen. No, ho ho ho. Ja, ich weiß, es wird später richtig hart. Ja, scheiß Missionen, aber. Mit mehr zum Schluss, wo die Fall wäre, wenn der Alt war 2, bis zum Schluss die Fall wäre, wenn man ausrüsten muss, die der mit Exten die Ehe ist. Spoiler doch nicht alle. Vielleicht wissen die das noch nicht und vielleicht. Ja, du hast überhaupt nicht viele Feier, ich habe es gesehen, Alter. Nein, ist okay. Ich habe 20, das reicht nicht. Ah, ja, 64. Wenn du stirbst, dann musst du dir alle wieder neu fahren. Nein, kein Ding. Kein Ding für ein Kind. Ich stelle mich eine Stunde in den Dings und dann. Ja, ich weiß nicht. Lass mal schlafen. Oh, das fällt dir jetzt. Lass mal in den Nieder, das ist die Nieder, das ist die Nieder, das ist die Nieder. Okay, wir treffen uns da, ich war dann in der Ausgang bei dir, okay. Also, oh, das ist die Niederがった. Okay. Vergeser à chociaż into der Werder Mordkippe. Es sollte sein da, ja, clusters findem, ja ja ist irgendwas explodiert? Ne, ich hab nichts gespürt Oh geil hier ist irgendwo ein Garst, der beschießt mich Nein, hör auf! ooooooooooooooooooo Fuck Max-Man, was? Wenn du aus dem Portal rauskommst, passt echt auf, da hast du nämlich ein Garst Der hier wild umher schießt ein Kamikaze Garst, Kamikaze Garst Keine Ahnung, irgendwo Die Welt laden lassen Ja, dann lass die Welt erstmal laden, dann kommst du mir, siehst du mich? Guck mal nach oben, da Alter, hör auf! Mann, bist du denn hesslich? Das ist nur eine Fackel Trotzdem, trotzdem Ich hab jetzt keine Lust zu stellen Weißt du, wo du da ist? Nein, ich hab keinen Plan Ich weiß nur, dass irgendwo ein Deathpoint von mir ist Warum siehst du das denn? Weil ich irgendwie meine Deathpoint in der Minute eingestellt hab Und hier bin ich wohl mal irgendwann gestorben Glaub ich Keine Ahnung, cool Hi! Hi Max-Man Hi Ossi So, weißt du noch in welche Richtung wir gehen mussten? Mussten Okay Ich folge dir auf Schritt und Tritt Oh, wir hätten uns ein Feuerzeug mitnehmen Oh, mitnehmen sollen, ich musste aufstoßen Ist da unten was? Nee, warum hast du das Feuer ausgeschlagen? Dann sind wir ja noch weniger Ja, weil denn dein Gas ist, wenn wir ruhig sind, dann komm und ansneeken Ansneeken Hast du schon eine Festung ausgemacht? Nee, mein Gas Oh Gott Tod Schade, wir kriegen seine Drops nicht Die landen in der La... Nee, gar nicht Die landen nicht mehr Ey, wir können jetzt eine Gastrine holen, Max-Man Die sind da unten Jolo Oh Tod Nö Aber ich hab Schwarzpulver irgendwo her Ich war so nicht vorher droppen Schwarzpulver? Wo ist die Gastrainer? Wie leben hast du noch? Ich? Ähm Fast voll Das zieht irgendwie nur vier Herzen ab Ja, nur vier Herzen Ja, hast du eine verzauberte Rüstung? Nein Das siehst du, ich schon Ja, wenn du nicht nur zwei gesagt hättest Du hast nur nur gefragt, wie viele Herzen das abzieht Äh Warte mal, was ist dahinten? Das ist nur Grapple Hast du den Nether-Eingang markiert, ja, ne? Nö Ich schon Echt? Scheiße, Mann Ich muss uns den nachher zurück nach wie sie Scheiße Alter Wow, 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 wow Wo bist du denn? Hier hinter dir, ich brenne Irgendwie ist ein Gast Irgendwie ist ein Gast Wenn das weitergehen ist Was denn Magma Cube? Markus, ich bring hier runter Aber kurz auf, hast du nicht zum Beispiel, weil hier Lava ist Ja, ich weiß, ich weiß, das aber Magma Was ist denn? Risiger Gast Weiter, 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 weiter Der ist tot Der ist tot Der ist tot Wo bist du, wo bist du? Einfach weiter Warte, ich hab Ich hab Ich hol den Gast Nein, dass den Gast ist, verstehen, der ist doch weg Ich hab den doch gerade down gemacht Scheiße, Mann Machü, Mann Oh Gott, mir ist tot Und ich bin in der Hellenfestung drin Fuck Ich auch Boah, fuck, Alter, geht bei mir grad die Pumpe Pfh, Alter Magma Q hat mich runter gestoßen ich dachte ich falle in Laver Max, da bist du ja Guck mal nach unten hat das Heft gegen den Magma Q Das ist ihm gerade platt zu machen Oh Gott Aber, Acht, 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 Acht Die nicht töten sollen die große haben wir nicht durchgepasst haben wir jetzt so eine magma so gut wie in der russ und ist so scheiße weil ich über dir ein halbgroßer also eine foto eine foto ich hätte auch nicht das hätte sagen sollen über uns nur eine foto das ging ja warte 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 lasst das erst regenerieren ich habe mich noch die Hälfte an Herzen das sind ja so zu kriegen so mag man kürzelt als sie kürzelt auszielen und ich merke das lieben und hat angeht eine nächste das ist auch nicht ganz viel jetzt gehen müssen die Aufnahme nie warum muss ich immer wenn ich auch nicht mehr so weit über die Länder müssen durch mich ja das kann ich aber nicht hier ist nur ganz viel da war das gefällt mir nicht ja eine Sekunde wir gucken ob das nur so eine kleine ist ob die irgendwo weitergeht ach die geht hier weiter ich wollte mir nur ein paar Pilze mitnehmen wüssten du über dir jetzt neben dir okay pass auf denn das ist ein Gast wo denn? da oben ok ja das kann ich leider gar nicht sehen bitte keine Pigment angreifen wenn ich um diesen gefallen bitten darf ja ja keine sorge greifen ich im Nether nie an nein das war ja als wir mit den die im Sonic im Nether waren ganz anders ne ja, ok jf. ein Punkt für max man Surah Kuckku, 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 kuk, kuckku da drüben ist ein Blazeparner da sind wir hin der Falle nicht kommen und nur recht abgewogen dann wird zurück da gehen wir jetzt hin wir sind eine Sicherheitsrat bauen bei uns bist du bist du um volles Leben und die weg was machst du denn da ich probiere ihn zu kriegen aber jetzt ist mir ein leichter ist hier drinnen wir machen es in der Mitte weg da steht dann durch wir schlagen durch das ist die Variante von ja ich habe schon Gas hinter dem Ding hinter dem Building und da unten ist auch Quarz das ist ein Gas der nicht schießt ich habe einen Router wenn einer probieren wir noch ein paar mehr zu kriegen weil die können uns echten Braustand machen richtig geil wow warte lass mich auf den Bogen auf den Bogen weg warte 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 genau eine warte ok leute danke fürs zuschauen wir sehen uns einfach mal in der nächsten folge oh mann gott auf youtube sieht man bestimmt recht wenig weil es so dunkel ist ich habe auch eine cool dann sehen wir uns einfach in der nächsten folge leute danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut auf Wiedersehen